Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in einer kleinen Serie über die Instrumente der PE, der Personalentwicklung. Personalentwicklung zerfällt in die Bildung, die Aufgabenstrukturierung und die Karriereplanung. Und wir beschäftigen uns jetzt hier in diesem Video mit der Bildung, die zerfällt in Aus- und Fortbildung. Also Unterpunkt Bildung. Bildung zerfällt in Ausbildung und Fortbildung. Und im Rahmen der Ausbildung unterscheiden wir drei Wege. Einmal ist da die Berufsausbildung, dann ist da die Trainee- oder Trainee-Ausbildung und die Anlern-Ausbildung. Und im Rahmen der Fortbildung unterscheiden wir zwischen Anpassung und Aufstieg. Das ist eine Struktur, dass man genau weiß, wo man ist. Also hier die Ausbildung, hier die Fortbildung. Anpassungsfortbildung bedeutet, dass man sich anpassen muss, zum Beispiel an technischen Fortschritt, an neue EDV-Systeme, dass man aufholen muss. Und Aufstieg bedeutet, dass man Dinge macht, die die meisten noch nicht machen. Das ist Aufstiegsfortbildung. Das ist das Zielen nach echten Vorteilen. Ausbildung, Berufsausbildung, das ist die Lehre. Trainee-Ausbildung ist das, was Hochschulabsolventen machen. Wenn sie in einem großen Unternehmen anfangen, sie durchlaufen nochmal die Abteilung. Man kann es nennen, eine Lehre auf höherem Niveau. Ja, man lernt das Unternehmen richtig gut kennen. Das ist etwas, was sich große Unternehmen leisten. Eine Trainee-Ausbildung für die Hochschulabsolventen. Und die Anlern-Ausbildung bedeutet, dass man an einem bestimmten Arbeitsplatz angelernt wird von jemandem, der den Arbeitsplatz beherrscht. Im nächsten Video schauen wir uns die Methoden an. Die Methoden, wie man das hier macht, im Rahmen der Ausbildung und im Prinzip auch im Rahmen der Fortbildung. Die Methoden im Rahmen von Ausbildung und Fortbildung. Das ist unser nächstes Thema. Schauen Sie in meinen Shop. Ich kann es immer nur wieder sagen, wenn Sie leichter und schneller lernen wollen. Wenn Sie viel Leid vermeiden wollen, indem Sie viel Geld ausgeben für Bücher, die Ihnen nichts bringen. Dann schauen Sie unter spaßlern-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.